Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal wieder Pet Simulator X und zwar mache ich ein Battle gegen Roblox Victor. Und zwar, wer mehr Mythical Center Posts zieht. Eif, weil das Video beginnt, lasst gerne ein Like und ein Outer. Darüber würde ich mich wirklich freuen. Dann würde ich mal sagen, fangen wir auf 3 an, okay? Sag, wenn du willst. Also zähl du runter, zähl du runter, okay? 3, 2, warte, ich habe meinen Auto-Hedge aus. 3, 2, fangen wir auf 3 an, der fängt mit 3 an, der. Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Hast du schon gehadget? Nein! Okay, 3, 2, 1, go! Fangen wir auf 3 an, ich komme hier auf mein Leben, klar. Hey, ich habe erstes Endgame Mythica, aber leider keinen Dings da. Ich habe, schon, wir haben vergessen, die Regeln zu erklären, oder? Ja, das können wir jetzt machen. Die Regeln sind, ja, ja, die Regeln sind, ähm, wer die meisten, wie ist die Spit nochmal? Center Posts? Ja, ja, die meisten Center Posts genau zieht, kriegt, ja, gewinnt halt, ne? Und wer natürlich eine Huge Festive Cat zieht, der hat sowieso gewonnen. Aber, wir rechnen das so, auf jeden Fall, wenn du mal das Center Posts gibt, ein Punkt, Goldener Center Posts gibt zwei Punkte und Rainbow kriegt drei Punkte. Und der Gewinner kriegt alle Center Posts. Die man gezogen hat. Okay, passt, machen wir so. Gute Regeln. Und wenn, wenn, ja, und wenn beide natürlich, äh, ne Dings da, ne Huge Festive Cat ziehen, da haben beide gewonnen, da kriegen beide alle Center Posts. Erstmal ein Center Posts. Du meinst wohl eher ne Huge Festive Cat, oder? Genau, ja, genau die, meine ich, die habe ich gerade gezogen. Oh, cool. Also, ich ziehe jetzt zwei Huge Center Cats und du ziehst eine, damit habe ich dann drei, weißt du? Ne, die geben wir ja nicht weg, die behalten wir dann. Was? Auch nicht, wenn ich zwei ziehe? Nur die Center Posts, es geht nur um die Center Posts. Nein, nein, du musst jetzt eine ziehen und ich ziehe zwei, hä? Ja, da habe ich trotzdem eine, ich bin zufrieden damit. Ne. Also, ich fahre währenddessen noch Coins, weil ich bin produktiv. Also, ich öffne währenddessen noch Festive Elfs und fahre jetzt auch Coins. Nice. Weil ich bin noch produktiver. Ja, ich habe gerade eine Attack Entry, äh, ich meine eine Giant Alien. Nein, meine Eier haben aufgehört. Warum habt ihr aufgehört? Die hören ich auf, die sind nur kurz passiert, oder? Nein, die haben aufgehört, weil ich weggehoffen bin. Ich würde bestimmen, wenn ich du wäre, weil mir funktioniert es. Ja, jetzt aber. Ich sage gerade den zweiten Center Post. Hast du überhaupt einen Center Post bisher gezogen? Einen. Ja, ich auch rein, dann sind wir im Gleichstand. Dann sind wir gleich gut. Yeah. Aber Victor wird die Cat in den Rainbow ziehen, ja man. Victor wird gar nichts in den Rainbow ziehen. Victor bekommt einen feuchten Dreck. Und das war's. Ich werde ihn sowas von zerstören. Weil ich bin besser im Pet Simulator X Pets ziehen. Der zweite Center Post? Okay, vielleicht doch nicht. Ach ja. Was soll man machen? Wir kommen auf, fast keine Mythicals. Das ist krank. Wenn ich so den Chat durchgehe, nur brauchst du Obama, brauchst du Obama, brauchst du Obama. Vier Mythicals. Oh, ein goldener Center Post. Nice. Oh, jetzt bist du einen Punkt vor. Das ist einfach nur, weil ich besser bin. Naja. Also ich habe schon so viele Mythicals gezogen. Vielleicht bin ich ja doch der Gewinner der Herzen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja, ja, ja. Ich denke eher nicht, weil ich bin besser. Ja, ja, ja. Und ich ziehe einen Silver Dragon. Ich habe generell nicht irgendwie Glück mit den Center Post. Ich habe gerade einen goldenen Silver Stack gezogen. Aber halt, ja. Keine Center Post. Ich kriege generell kaum Center Post. Ist das Problem. Das ist echt schade. Ja. Ich ziehe einen weiteren Silver Stack, aber keinen Center Post. Ich ziehe auch nicht Center Post. Außer jetzt zum Beispiel. Da freut man sich natürlich immer drüber. Wenn man vier Punkte hat und Victor nur zwei. Zwei. Ja, ja, ja. Ich meine, ich habe jetzt den Silver Dragon gezogen. Okay. Und was willst du mit dem? Der ist schlechter als dein Galaxy Dings. Wie auch immer. Fox. Ja, ja, ja. Wie viele haben eigentlich die Center Post und Dark Matter? Ich habe noch keinen. Ich habe, glaube ich, einen. Ich weiß nicht. 360 Milliarden. Ja, okay. Das geht. Ich hätte sogar gedacht, dass die vielleicht auf 400 kommen. Ich habe auch gedacht 400 bis 500 Milliarden. Und dann habe ich gedacht, weil ich dachte mir so, okay, es sind drei Mythicals geniegt. Da muss doch eins 700, 600 Milliarden haben. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Die wollten einfach nicht. Ja, ja, ja. Ich habe immer noch keine Center Post jetzt wiederbekommen. Ich habe immer noch nur zwei. Ich glaube, ich habe gerade viermal hintereinander zwei Festive Elfs und einen Rudolf bekommen. Und jetzt schon wieder. Also das ist krank. Schon wieder. Also du hast drei Festive Elfs bekommen. Ich glaube, mein Petzumlatt ist stuck oder so. Okay, jetzt habe ich was anderes bekommen. Ey, drei Nordpol Wolfen in einem Hedge und einander von das Rainbow. Ich habe gestern drei Silver Dragons auf einmal gezogen. Ich habe mich mächtig gefühlt. Nice. Das war schön. Ich hatte noch nie drei Mythicals in einem Hedge. Nur drei Legendaries. Das größte, was ich hatte, waren zwei Mythicals halt. Ja, aber drei ist halt bei diesem Eck auch nicht so selten. Es geht tatsächlich. Also zwei ist... Ich meine, ich habe bisher immer noch keine gehabt. Ja, aber zwei hast du öfters. Aber also drei ist... Ja, das stimmt. Und ich habe jetzt wieder den Silver Sack gezogen. Na ja. Ah ja. Schwierig. Ich ziehe halt nicht mal einen Möffiger. Das ist das Problem an der Sache. Auf jeden Fall ziehe ich aber eine Exclusive Cat. Ja, ja, ja. Also jetzt gleich dann. Sicherlich. Jetzt gleich. Mhm. Ich habe es im Gefühl. Also ich habe den Silver Sack wieder gezogen. Die Silver Sacks interessieren mich ja gar nicht. Kann ich auch. Warum nicht? Hast du schon einen Huge Cat gezogen? Gleich. Ja, gleich. 20, 30 Eiern. Ja, fünf Sekunden. Warte einfach fünf Sekunden. Also von jetzt an. Oh, goll. Das ist der Pause. Wir sind gleich. Also von jetzt an fünf Sekunden. Kein Silver Dragon. Ich will keinen Silver Dragon. Weißt du, ich zähle jetzt einfach nochmal fünf dazu. Die Silver Dragon sind aber akzeptabel, okay? Ja, die sind. Okay, ja, das stimmt. Die sind halt von der Stärke ein wenig schwächer als die Galaxy Foxe. Dafür aber musst du bedenken natürlich, ne? Die kriegst du halt so viel öfter, die entsprechen, dass du halt dort potenziell bessere Verzauberungen als auf der Galaxy Foxe bist. Das stimmt. Da hast du. Oder die Silver Sacks sind kacke? Das ist das Einzige. Genau, ich weiß gar nicht, wie stark die sind. Ich glaube, 270 Milliarden in Dark Matter. Was? Voll schlecht. Nee, das ist eigentlich egal. Wirklich schlecht. Es ist okay. Ja, 280 Milliarden. Oder ist es ein Silver Dragon? Lass mich kurz nachschauen. Es ist... Jetzt haben wir einen Stack. 280 Milliarden circa. Ja, ist okay. Es gibt auch Galaxy Foxes, die 290 oder so haben. Deswegen passt. Ja, ja, ja. Hab schon fünf Huge Cats. Ja, safe, bro. Safe. Jeden Tag. Und ich bin Obama. Ich auch. Aber ich zähle gerade die ganze Zeit mein Score mit meinem Handy mit, aber ich habe Angst, dass mein Handy leer geht, weil ich das seit vier Tagen nicht mehr geladen habe. Und das ist bei 6% oder so. Aber ich merke mir das einfach, weil ich habe ein großes Gehör. Ich auch, aber ich verschwende auch noch nicht meine Gehirnkapazität mit solchen Sachen. Mit solchen belanglosen Dingen. Sagte der Bierbraustudent. Ey, ein Rainbow Silver Dragon. Ich ziehe doch das viel coolere Ding. Ah, jetzt ist ein Centerpaw da. Dann passt's. Wie schwer ich mich mal nicht. Centerpaw. Ey, noch ein Centerpaw. Ja, ja, ja. So läuft das Leben. Das könnte ich ja sonst nicht im Leben, ne? Ich habe 31 Huge Cats. Jeden Tag, der. Jeden Tag. Ich habe 450. Ich habe nur 28. Leider. Nur, nur. Leider. Kannst du eigentlich löschen, der ist nicht wert. So wenige. Real Talk. Ey, ich lösche jetzt gleich meinen Account. Ja. Darauf erst mal eine Exclusive Cat. Darauf erst mal ein Giant Present in das Fanny's World spawnen lassen. Ja, stimmt. Wollte ich wirklich mal machen. Oder den Silver Stacks. Nee, dabei habe ich nicht so Bock drauf. Es ist so traurig, Mann. Es ist so dramatisch. Ich habe wieder einen Silver Stack gezogen. Ich habe einen Silver Dragon gezogen. Herr, ja. Den besseren, größeren Bruder. Noch einen Silver Stack. Niemand mag den Silver Stack. Warum gehst du mich einfach? Wirklich gar keiner, der ist auch kacke. Ey, noch einen Silver Dragon. Wieso existiert ihr? Oh mein Gott, meine Mutter ruft mich an. Nein, ich habe keine Zeit, Mutter. Ich muss Roblox spielen. Ich muss gamen. Ich muss gamen. Ich habe 31 Huge Cats, weil ich bin ein 31er. Das sagt Fuchs jeden Tag. Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja? Das Nude-Bag ausgepoppt aus dieser Kiste. Was habe ich bekommen? 8000 Gems. Ja, Mann. Rainbow Center Pause. Oh, stark, 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 stark. Ui, Memo, ui. Also, ich bin gerade bei einem Score von 12. Woher, der? Also, ich summiere einfach immer noch ein bisschen was drauf. Ich habe mir so gedacht, ja, jetzt hätte ich noch mal so 5 drauf, weißt du. Ja, Mann. Kann man ja mal machen. Jeden Tag. Gefühlt jedes Mythical, was gehedscht wird, ist ich, bin ich, meine ich. Wenn ich dir bei ihm im Chat gehe. Ja. Okay, das. Zweimal du. Ich, ich, du. Und deine Form war auch nochmal zweimal ich. Ja. Aber jetzt wurde es mit den Enginers gekleistert. Wir hedgen nichts. Also, ich hedge nichts. Ich habe also, ich habe jetzt, ich glaube, ein Gold, ein Rainbow und vier Normale gezogen. Nach elf Minuten. Ist gut. Bin zufrieden. Ich weiß noch nicht, ob ich ganz zufrieden bin. Eher nicht. Oh, da ist ein Loopback hier unten. Ich will den haben. Hol dir den Tiger. Normale, normale Santa Paw ist eins, Gold ist zwei, Rainbows drei. Und Exclusive Cat ist win. Ja. Deswegen habe ich schon gewonnen. Nee. Hier mal. Innerhalb der letzten 20 Sekunden. Minute. Das auch. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, ich habe einen Huge Dog. Ich hätte auch gerne einen Huge Dog. Oh mein Gott. Nee, ne? Nee, ne? Oh, Silverstack. Ich dachte, ich habe wieder einen Santa Paw gezogen. So schraubig, Mann. Verstehst du? Nee. Warum nicht? Santa Paw. Ja. Warum ziehst du gerade so viele Santa Paw? Hör mal auf. Hä? Das ist nicht cool. Ja. Ich mag das nicht, wenn du mehr ziehst als ich. Tja, läuft gut gerade für mich, ne? Aber wir sind doch erst in der ersten Runde. Du kannst ja alles in der zweiten Runde aufholen. Wow. Cool. Ja? Danke. Ja, kannst du. Du kannst aber fünf Rainbows in der zweiten Runde aufholen. Ey, ein Santa Paw. Ich meine, äh, hatchen, ne? Ja, ich kann auch fünf Exclusive Pets hintereinander hatchen. Ich kann auch jetzt zufälligerweise noch ein Ghoul Horse hatchen aus dem Ei. Ja, mach doch. Mach ich gleich. Ganz kurz. Auf Spannterbasis. Oh mein Gott, zwei Mythicals auf einmal? Das ist doch krank. Das ist doch krank. Ja. Oh mein Gott. Hey, gerade läuft's mit den Mythicals. Mit den Mythicals, aber nicht mit den Santa Paws. Ja, die Santa Paws kommen nicht so sehr, aber hey, Mythicals sind da und das reicht mir. Also, passt. Ja, ja, ja. Oh, noch ein Santa Paws. Nice. Bei welchem Score bist du gerade? Zehn. Okay, ich bin jetzt bei neun, weil ich gerade noch eingezogen habe. Oh, ich habe gerade neun dazu summiert, addiert. Schlau. Ich sollte wieder acht abziehen. Genau. Der Mathe-Post. Sollte wieder zur Schule gehen, ja. Ich sollte wieder zur Schule gehen, ja. Ja. Ich habe heute Mathe geschenkt. Kenn ich mal Addition, der geht zurück zur Erste Klasse. Addition. Wer braucht das schon? Man zieht sich mit Pumpkin-Cats. Och, der, jetzt sofort. Eins plus Eisens braucht man, ja. Eins plus eins ist genau das, was ich gerade rechne. Ich rechne eins plus eins plus eins plus zwei plus eins. Das mache ich die ganze Zeit so. Mit dem bin ich durchs Abi gekommen. Ich habe gesagt, Differenzialgleichung. Was ist das denn? Hä, ich kann eins plus eins rechnen. Felix, lass dich zu dir. Da kannst du rausgehen und zur Schule gehen. Ja, Mann. Das wird jetzt immer Dragon bekommen, der. Voll Bock. Ja, voll Bock. Oder null plus eins ist gleich null. Äh, ich bin mir nicht ganz so sicher, dass das funktioniert. Ey, ein Silver Stack. Yeah. Das beste Pet in Pet Simulator X? Fragezeichen. Wo bekommst du OP-Pets in Pet Simulator X? Oh mein Gott. Ein Silver Dragon hinterher. Vor allem doch bei der Tech-Entry. Das ist doch besser. Ja, aber, weißt du. Bei der Tech-Entry müsste ich mich die ganze Zeit hinstellen und aktiv meine Pets dranhängen. Und darauf habe ich keinen Bock. Ey, Senderpost. Ich liebe das Leben. Das ist so schön. Immer wenn ich einen Senderpost ziehe, denke ich mir, ja, dafür lebe ich. Oh yeah. Also, ich sage es so, wie es ist, ne? Ich habe jetzt seit tausenden Jahren, wirklich seit sieben Minuten, kein einzigen Senderpost gezogen. Das passiert halt einfach manchmal. Wie lange hält es schon wieder seit 18 Jahren? Und jetzt habe ich den Senderpost gezogen. Ich muss mich nur beschweren, dann kriege ich meinen Senderpost. Alles super. Ey, äh, Pet Simulator X. Und ich habe den zweiten Senderpost gezogen im nächsten Superlatch. Alles ist doch. Voll doof. Du weißt. Senderpost. Du gibst mir nie Senderpost. Gib mir mal Senderpost. Pet Simulator X. Ey, Silver Dragon. Das ist nicht ganz ein Senderpost. Ich habe auch einen Senderpost bekommen. Also, Pet Simulator, weil, äh, Exclusive Cat schon lange nicht mehr gehabt. Einen Silver Dragon. Wieder ein Senderpost. Nice. Komm, jetzt kommen endlich zum Schluss wieder die Pets der. Nach all den Jahren. Zum Schluss? Oh. Ja. Das ist eine Tal schon beifolle. Kurz davor, dass der Echo bringt zu machen. Ja eben. Noch vier, fünf Minuten oder so. Petschen. Ja, oh, endlich ein Senderpost. Meine Güte. Wurde auch mal wieder Zeit. Was? Wie viele Punkte hast du jetzt? Elf. Elf. Ha. Du hast sicher so 14, 15. 13. Ja, okay. Dann ist es gar nicht so ein Riesenvorsprung, wie du hast. Dieser eine vermaledeite Rainbow-Senderpost. Ich wollte einen Senderpost. Okay. Das ist schon ein größerer Vorsprung. Hey, aber dafür ziehe ich halt einen Silver Stack. Was soll man machen? Ich fand es so viele Gingerbread. Ich habe das im Video hochgeladen. Ich kriege wieder den Silver Stack, Mann. Ich will aber ein weiter Senderpost haben. Oh, Lootback. Oh. Nach all den Jahren mal wieder einen Lootback. Ah, das sind auch Lootbacks. Die habe ich gar nicht mitbekommen. Und wieder einen Senderpost. Nice. Warum? Das darf nicht sein. Warum bekommst du viele von denen? Nee, das ist falsch. Richtig. Nein. Hä? Das ist richtig und wichtig. Voll falsch. Sehe ich überhaupt nicht ein. Warum machst du das? Oh, mein Gott. Ein Silver Dragon. Das ist ein so gutes Pet. Ich schwöre, mein Gott. Das ist so ein gutes Pet. Aber darauf erst mal einen Senderpaw. Der kommt ganz gefährlich. Vertraut mir, Freunde. Darauf erst mal Senderpaw. Für mich ist der Dragon gut. Ist ja auch für mich gut. So ist es ja nicht, ne? Der Dragon kann ja gut sein. Der ist Müll. Doch, der ist für dich gut, der. Der ist absolut Müll. Der, du hast wahrscheinlich nicht mal ein volles Team mit Dark, mit deinen Galaxy-Foxes. Doch, habe ich schon. Habe ich schon. Ich habe auch einen Senderpaw wieder gehatcht. Und du nicht. Wie viele Punkte hast du? 13. Und dann bist du aber schon auf den Lauern, muss man sagen. Das ist das Problem. Den Lauern. Er ist wahrscheinlich mit doppelt so vielen Punkten Abstand vorn. Aber wir müssen ja schon auf den Lauern. Doppelt so vielen drei Punkten. Das hast du fertig mit drei Normalen. Oder mit einem Goldenen. Ich meine, ein Goldenen und ein Normalen. Drei Normalen. Weißt du, wie viele drei Normale sind? Das sind drei Normale. Drei Normale. Ja, das ist viel. Deswegen ist auch ein YouTuber. Ja. Ne, ich mache nur TikTok-Videos. Ich kriege Goldensilver-Stack. Ich kriege alles Mögliche. Aber keinen verdammt... Äh... Wie ist das? Ich weiß immer noch nicht, warum das Halters Foto heißt. Ich finde das immer noch komisch. Ich bin voll. Ich noch nicht. Ich bin gleich voll. So, ich gucke mal nach, ob ich noch Eggs öffnen kann. Fähre ich eins oder zwei sogar. Ich glaube, eins aber noch. Und ich bekomme aus meinem letzten Eck wahrscheinlich einen Goldenen Nordpol Wolf. Und das... Okay, aber aus meinem letzten Eck habe ich einen Goldenen Nordpol Wolf bekommen. Uh, okay. So, ich kann noch, glaube ich, 15 Pets, äh, Eggs, wie auch immer, hatchen. Gleich. Oder wie viele Slots hat man insgesamt? 780 oder so? 786. Okay. Dann bin ich gleich fertig. Oh mein Gott. Du hast gerade Oh mein Gott geschrien. Was ist passiert? Äh, weil, weil wir haben Geschenke bekommen. Ah, Center Post. Ja, wir haben eine Center Post bekommen. Okay, ich kann noch ein Egg öffnen zum Gritz-Matz-Event. Und es war leider kein Center Post. Schade. Oh. Zum Egg. Dann los. Genau. Eins, zwei, drei. Drei. Go. Diesmal sogar richtig gemacht. Diesmal sogar richtig gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ja, danke dir. Ich habe geübt. Gar kein Thema, der... Wochenlang. Wochenlang. Jahre lang habe ich auf diesen Moment gewartet. Oh mein Gott, ich habe irgendwas gethatched, aber ich habe es nicht gesehen. Oh, war nur ein Silver Stack, war es sowieso nicht wert. Also ich habe einen Silver Dragon gethatched, ja? Ich habe einen Rainbow Silver Stack und einen Silver Stack gehatched. Also ich habe einen Silver Dragon gehatched. Ich habe schon wieder einen Silver Stack und einen Golden Silver Dragon gehatched. Was ist gerade los? Also ich habe einen Silver Stack gehatched. Ich habe gerade einen Silver Dragon gehatched. Warum interessiert dich da ein bisschen, du kannst... Digga, wieder einen Silver Stack. Äh, du kannst dir doch Center Post ein Rainbow kaufen und Dark Meta machen, bevor das Team aus 360 B. Das stimmt. Aber ich habe jetzt einen Center Post gezogen. Ich kann einfach die Center Post ziehen. Ich auch. Ich kann es auch noch. Ja. Nice. Die Hoffnung ist noch nicht verloren. Also doch. Ja, doch, Alter. Also doch, ja. Nein, du kommst mir langsam auf die Schliche. Ich komm dir auf die Schliche. Hinter deinem Masterplan. Hä, Viktor? Ja. Was sagst du jetzt? Ich gebe es zu. Ich habe gehackte Pets über der Teil X, um mehr Glück zu haben. Ich habe mich ins Mainframe reingehackt. Ich habe die Firewall von Preston durchbrochen und dann mich ins Mainframe reingehackt. Du klingst voll wie dieser eine Hacker da. Edward Snowden oder so. Ja, ja. Aus der Matrix und so, ne? Ja, ja, Matrix. Ich habe nie Matrix gesehen. Ich habe noch Matrix 1 gesehen. Ich möchte am liebsten Matrix 2 und 3 sehen. Weil bald kommt ja Matrix 4 raus. Ja, aber ist das dann nicht irgendwie 20 Jahre nach den anderen Teilen oder so? Ja, eben. Deswegen muss ich ja die anderen Teile sehen. Ja, ich will die auch irgendwann mal schauen. Ich habe nur Inception mal gesehen vor einem Jahr und so. Ja. Ja, ja, ja. Ich habe Inception immer noch nicht gesehen. Ich habe noch Matrix gesehen. Matrix 1. Ich weiß nicht. Inception war immer so der Film, wo Leute sagen, oh mein Gott, so, so krass. Aber ich weiß nicht. Hä? Also es war jetzt nicht so krass. Es war kein schlechter Film. Es war ein nicer Film und alles. Aber es war jetzt nicht so verwirrend gestaltet. Ich meine, also im Gegenzug dazu gibt es ja nochmal Matrix. Und ich dachte, oh mein Gott. Und dann gibt es die Leute, die sagen so, ja Matrix 2 und Matrix 1, boah, die größten Drecksfilme. Mann, Gott, sollte man die sich nicht einschauen. Ich wünsche, diese Filme würden niemals existieren. Okay. Ich habe Angst vor denen, deswegen schaue ich mir die nicht an. Das ist nur so ein Gelaber. Der dritte, äh, der vierte Matrix-Film kommt am 23.12. raus. In zwei Tagen, wir müssen uns beeilen, Fuchs. Äh, ich, nein, nein. Doch zum Einschaffen werden die jetzt immer geschaut. Nee, 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 danke. Ich steige nochmal Respekt-Level auf. Du musst irgendwas für einen Merchant kaufen, dann steigst du im Respekt-Level auf. Genau. Einfach immer alles kaufen, das Billigste. Santa Paws, Digga, was denn bin ich dir? Du bist billig, ich habe einen Santa Paws gezogen. Okay, okay, sorry, Bro. Du beleid. Aber hätte ich doch nur so gerne einen Santa Paws. Aber stattdessen werde ich beleidigt. Ja, 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 ja. Ich gehe auch bald ins Kino, um Matrix 4 zu gucken. Ich will auch ins Kino, um Matrix 4 zu gucken. Ich werde auf Entspender mal zu Hause schauen. Der wird doch bestimmt irgendwo gestreamt. Sicherlich, bei dir überall. Digga, den gibt es bestimmt irgendwie auf Netflix oder Amazon Prime. Keine Ahnung. Okay, auf Amazon Prime, kann man sich wahrscheinlich aber auf Amazon für 5 verkaufen oder so. Ja. Oder auf YouTube-Movies für einen Euro. Oh, wieder ein Santa Paws. Also irgendwie, du hast irgendwie ein paar mehr als ich. Aber ja. Wie viel hast du Punkte? 16. Ach, 2 Punkte, ist gar nicht mal so viel. Okay, gut. Ich kann noch aufholen. Ich meine, wir hatchen jetzt noch für 18 Minuten, ne? Es ist noch nichts entschieden. Ne, wir öffnen doch bestimmt über 600 Eggs, Digga. Ja. Und in diesen 600 Eggs werde ich gewinnen, weil ich bin ein Gewinner und du bist ein Verlierer. Werden wir sehen. Lass einfach mal die Exclusive-Cat hatchen. Wie wäre es? Das wäre cool. Du hast schon eine Idee, ne? Ja. Ey, Victor, ich habe eine Banger-Idee für ein Video. Ich habe so eine Banger-Idee für ein Video. Hedge einfach mal die Exclusive-Cat. Was? Darauf wäre ich ja niemals gekommen. Ja. Warum bin ich wirklich früher draufgekommen? Hätte mir das mal jemand gesagt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Uh, Santa Paws. Nice, Mashallah. Ich bin nicht amused. Ich will auch einen Santa Paws haben. Ich hatte davor gerade so eine riesen Glückssträhne mit Miffi-Cat. Oh, Santa Paws. Du hast so viel erreicht, dass vorhin einer zu mir kam, meinte, dass er du wäre und wollte eigentlich meine huge Pumpkin-Cat für ein Video ausleihen. Ja, Mann. Ich habe aber dafür eine weitere Santa Paws gezogen, ne? Ey, der Typ hat gerade davor, vor zehn Minuten, glaube ich, fünfmal die Nachricht bei mir auch geschrieben. Bist du sicher? Ja, eins zu eins die gleiche. Okay, weg von dem Typ. Ich habe ihn nicht gebunden. Ich habe ihn einfach gelassen. Er hatte doch seinen Spaß. Golden Santa Paws. Ey, Victor. Victor bucht sich 1300 Euro Flug nach Deutschland mit Stops in Sao Polo und London und Paris. Ja, Mann. Bin hyped. Santa Paws. Und das alles nur für, äh, Matrix. Please nicht. Also, bei wie vielen Punkten bist du gerade? Weil bei mir ging gerade irgendwie ein bisschen ab, ne? Ich will mal kurz ein bisschen, ein bisschen alles anschauen. Ja, ja, Flex, mal sag deine Punkte und ich sag dir, wie viele ich habe. Sag du, sag du, sag du, sag du, sag du, sag du. Ich habe 17, weil ich jetzt gerade was gezogen habe. Fuck, cringe, ich habe 24. Was? Okay, gut. Dann kann jetzt mich nur noch eine Exclusive-Cat retten. Nicht wirklich eigentlich, ne? Ich meine, wir haben doch immer noch, äh, 14 Minuten. Du könntest einfach genauso wie ich, einfach innerhalb von zwei Minuten, sieben Punkte aufsteigen. Nee. Tja, bei mir waren es ja, glaube ich, sechs, glaube ich, waren es. Innerhalb von zwei Minuten, ne, fünf, glaube ich, oder? Ich habe einen Punkt dazu bekommen und du hast in der Zeit sechs dazu bekommen, oder nicht? Ich glaube, das war ein Fünf, aber. Ich kann ja auch sein. Und du deinen Punkt, also, ich glaube, das war ein Fünf, hätte ich gesagt. Bin mir aber auch nicht sicher. Ist auch so, ist mir egal, der ja. Passiert. Jedenfalls, ich will eine Exclusive-Cat. Und zwar jetzt. Ich auch. Und zwar Dalli. Und zwar jetzt. Und zwar Dalli. Sofort. Bitte nur eine Exclusive-Cat spielen, please. Also, Robes, Felix, ich sag dir so, wie du es ist. Ich habe einen Center-Post gezogen. Hast du gar nicht. Das will ich sehen. Oh, jetzt. Schau doch, schau doch unten in die Mitte. Nein, das ist ein Silver-Stack. Ich dachte kurz. Ich schau doch unten in die Mitte. Schau doch unten in die Mitte. Zu deinem Bildschirm. Okay. Ja. Nice. Da war gerade ein Center-Post. Bei mir war da keiner. Bei mir war da keiner. Bei mir war da wirklich kein Center-Post. Wo wäre der gewesen? Ja, unten in der Mitte wäre dann so ein Sound gekommen. So, bam, 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 bam. Ja, ich habe den Sound gehört, aber wo war der Typ? Äh, gar nicht, aber der Text stand unten in der Mitte. Ach so, ja. Aber da war ja kein Center-Post. Es wäre cool, wenn wir mal sehen, wie, also seine kompletten Sets sehen. Wie zum Beispiel, How many Mythics hatched oder sowas. Stimmt eigentlich, ne? Das wäre eigentlich ganz cool, ne? Wie viele X-Men insgesamt schon geöffnet hat. Wie viele Stunden man verbracht hat. Wäre schon eigentlich geil. Ich glaube, das habe ich schon mal vor, 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 zwei, drei, vier Monaten in einem Video gesagt, dass ich das will. Ich will das immer noch. Ich glaube, du hast es auch damals vor drei Monaten oder zwei Monaten gesagt. Ja. Wie viel Zeit man gespielt hat, was man alles gehadget hat. Und zwar besser als in diesen meisten Simulatoren, äh, umgesetzt. Weil da hast du einfach nur so ein Stats-Ding und das sieht immer hässlich aus. Und ich will das schön haben. Ja, ja, ja. Weil Pet Simulator X kann schön sein. Chris würde das schön machen. Ja. Es ist schön. Ja. Das ist halt das Ding. Am Anfang war es, also selbst am Anfang war es schön, aber es war hässlich. Was ist das, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber jetzt ist es einfach nur noch schön. Und weißt du, was noch schöner ist? Die Senderpost liegt hier. Naja, das würde ich wagen zu bezweifeln. Also, Michelle in meinem Chat schreibt, Michelle in meinem Chat schreibt, wenn man nichts bekommt, war man unartig. Warst du etwa unartig, Roblox, Felix? Ich wäre niemals unartig gewesen. Nein. Ich bin ein braver, braver Junge. Ich habe viele, viele Senderposts. Was sind denn so wenige? Also, wie viele hast du denn, ne? 19. Ja, guck, sechs weniger als ich, also war ich artig als du. Stimmt nicht. Oh Gott. Stimmt sowas von, muss ich es zugeben. Oh Gott. Kennst du die Witze von alten Leuten? Oh, ein goldener Senderpost. Nee, kenne ich nicht, aber ich habe einen Senderpost gezogen. Ja. Stell dir mal so ein Schild. Kennst du die Schilder, die so vor Restaurants stehen, wo dann immer draufstehen, ja, heute im Angebot, keine Ahnung, Schweineruhladen 1540 oder so? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, bei Bäckern voll. Oder bei was daraus? Ja, ja. Stell dir vor, du hast so einen Nadelball, du hast so einen Pfannenbaumverkauf und so. Und dann steht auf diesem Schild, unsere Tannen sind Corona-frei, denn sie haben Zweige. Hast du schon mal eine Tanne gegessen? Nein. Oder was auch immer das ist? Nein. Ich habe keine Tanne gegessen. Sind Tannen, nicht diese Dinger, die, äh, diese, diese, diese fetten Dinger? Was, wie ist denn die da mal? Du meinst Kastanen, Maronen? Nicht Kastanen, nein, 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 nein. Ich meine, äh, diese, diese, diese... Ah, wie nennt man die? Ich schicke dir ein Bild auf das. Kiefern? Kiefern kann so gut sein, dass es Kiefern sind, ich meine. Aber ich habe mir nur den Senderpost gezogen. Wollte ich kurz mal anmerken. Sind Tannen nicht Kiefern? Ja, fast, fast, Victor, fast. Ey, schon wieder Gold in der Senderpost? Ich habe doch keine Ahnung, Mann. Ich habe die damals in meiner Grundstudie gesehen. Das war es dann auch. Warum gut? Nein, das ist nicht gut. Meinst du jetzt Tannenzapfen oder was? Ja, die Tannenzapfen, genau. Äh, Tannenzapfen existieren nicht. Hä? Was ist denn das, was ich hier gerade gesendet habe? Warte. Das sind, äh, Fichtenzapfen, wenn dann. Oh, okay. Also, man sagt immer Tannenzapfen, ja, aber Tannenzapfen existieren nicht. Bro. Weil die zerfallen schon oben am Baum. Das, was runterfällt, sind die Fichtenzapfen. Und dann gibt es die, die, äh, so breiter sind und so. Die sind eher so gestaltet, wie du es bist. Weil du bist fett. Ähm, und da sind dann Kieferzapfen. Ich habe einen Rainbow Silver Stack gezogen, Robox, Felix. Ey, gut. Ich habe nämlich einen Senderpost gezogen. Und ich habe gesehen, du hast einen Goldenen gezogen. Und das hat mich nicht sehr gefreut. Ja, wie viel Punkt hast du eigentlich gerade? 25? Also, ich habe 29. 25. Cringe. Selber. Cringe, oh, Matt. Wie viel können wir noch hatchen? Nicht mehr viel, oder? Ich wollte das jetzt eingespielt nehmen. Ja, doch, es geht. Nö, ich glaube noch so 10, äh, 8 Minütchen, 7 Minütchen noch. 250 sind es noch, um den Dreh. Um den Dreh? Ich habe es mir gar nicht gedacht, wie ich es gesagt habe, aber ich habe Dreh gesagt. Um den Dreh? Ich habe einen Senderpost gezogen, um 30 Punkte. Ach, Mann. Das ist unfair. Ja, wie schick, wenn ich du wäre? Das ist unfair. Du hast den ganzen Senderpost gar nicht verdient. Ja, doch, ich war artig. Hat doch vorhin hier Micheli reingeschrieben. Wenn man nichts bekommt, war man ohneartig. Ich bekomme doch was. Nur nicht so viel. Ich war artiger als du. Du hast Glück. Ja, und ich war artiger als du. Du warst halt nicht so artig. Wenn es artiger sein soll. Du hast Glück. Das war's. Glück und nicht mehr. Ich habe noch einen Senderpost gezogen. Also langsam reicht es auch. Ja, ja, ja. Langsam reicht es auch wirklich hier. Muss ja nicht sein. Und ich habe ein Senderstack gezogen. Felix, versuchst du, Jutsch Festive Cat zu hatchen? Äh, teilweise. Mein größtes Ziel aber ist eigentlich, erst mal Victor zu dominieren. Meine Senderpost nicht zu verlieren. Ja, das auch. Meine Senderpost nicht zu verlieren. Das ist ein großes Ziel. Ja, aber es sieht so gut aus für dich, ne? Nicht mehr lange. Nur noch 200 Ex. Bald, bald, bald. Ich werde dich noch bekommen. Noch 200 Ex, Robux, Felix. Ich bekomme dich schon noch. Noch 200 Ex. Ich bekomme dich. Keine Sorge. Noch 200 Ex. Ich sage so oft, wie du möchtest, Mann. Aber nur 200 Ex. Ja, reicht schon wieder. Wie viele Punkte hast du denn jetzt? 26. Du fragst immer, wenn ich einen Senderpost ziehe gerade. Echt? Ja. Also die letzten zwei Male, glaube ich, war es so. Also ich habe 31. Das ist schön für dich. Ich habe noch einen Senderpost gezogen. Und was ziehe ich? Zwei Silver Drinks. Wow. Ich habe gerade auch einen Silberstack gezogen. So, äh, fabelhaft geht es bei mir auch nicht los, ne? Sag ich, so wie es ist. Genau. 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 Darauf erst mal keinen Senderpost, habe ich gehört. Ja, Mann. Ja. Please, keinen Senderpost einfach. Bitte. Ja, please. Wirkt aber artig und kriegt alle Senderpost. Und Roblox, den Felix war gar nicht artig. Und zieht viele weniger als, äh, Viktor, natürlich, ne? Das ist so eine Lüge. Wobei Felix hätte halt artiger sein sollen. Wobei Felix hätte halt artiger sein sollen. Warum indoktrinierst du deinen Zuschauern solche, solche Floskeln? Das ist nicht schön. Was für Floskeln? Ich habe nur was vorgelesen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wie du deine Zuschauer manipulierst. Roblox, Viktor, der Manipulator, exposed. Der Video rendert schon. Der Video ist so rendert gerade. Weißt du, ich glaube, ich habe vielleicht einen Grund gefunden. Weswegen du so viel weniger ziehst als ich. Kann es zufälligerweise sein, dass du keinen Ultra-Lucky-Boost drin hast? Natürlich habe ich einen Ultra-Lucky-Boost drin. Was denkst du denn, wer ich denn bin? Was, wenn du ein Super-Lucky-Boost? Natürlich habe ich einen Super-Lucky-Boost bin. Wer denkst du, dass ich bin? Ich dachte, du wärst Anton. Ja, okay. Dann, dann, dann verstehe ich diese Aussage. Ja, ja, ja. Gott, hast dich Anton. Ich gucke auf dem PC beide Videos. Also bitte nicht reden, weil dann höre ich es doppelt. Also, Viktor, wir müssen jetzt still sein. Sonst höre er es doppelt. Als weder Lucky passt eher als Lucky Forever. Ich habe kein VIP. Daran liegt es. Oh nein. Der VIP. Ah, stimmt. Lucky-Boost fehlt mir. Ja, wir machen so viel aus. Ja. Der VIP-Lucky-Boost, der auch voll existiert. Ja. Hättest du nur den, du hättest es schon gewonnen. Spieltag. Dann wäre ich jetzt vorne. Aber so, leider, ist es, glaube ich, das Aus für mich. Aus die Maus. Scheint mal zu sein, ne? Ich meine, wir öffnen jetzt noch vielleicht 60 Ecks. Vielleicht sogar bis zu 100. Ich glaube aber nicht, ehrlich gesagt. Sind nicht mal so viele. Hey, komm. Vielleicht öffnen wir noch vielleicht 15 Minuten. Den bekommst du auch noch. Ich meine, wie viele Punkte hast du jetzt? 28. 28. Das einzige realistische Show, wie du mich noch besiegen kannst, ist mit einem Rainbow und einem goldenen mindestens. Und wenn ich nichts ziehe. Also realistisch zwei Rainbows musst du ziehen. Und ich habe jetzt den Setup vorgezogen. Cool. Das freut mich für dich. Finde ich wirklich schön. Dankeschön. Also. Dankeschön. Nice. Wirklich cool. Darauf erst mal ein Silver Dragon. Darauf erst mal wieder ein Setup. Muss doch nicht sein. Muss doch wirklich nicht sein. Ich glaube, man hat sich den Secret Unlucky Boost gekauft. Ja, kann es sein, dass du den Secret Unlucky Boost gekauft hast? Oh, ja, ja, ja. Ja, stimmt. Das habe ich ganz am Anfang mal gemacht. Den für 5.000 Robux. Den für 5.000 Robux. Ne, ich habe den in einem Bundle bekommen. Ah. Hoverboard plus diesen Ding. Hast du mir so ein Phone-Eggen gegeben? So ein Merch-Code? Ja, ja, Merch-Code. Genau. Das war es. Ganz vergessen. Ich habe extra 5 Sea-Dragons gekauft. Jetzt bin ich in der Sea-Dragon-Gang. Noch 40 Ex-Roblox, Felix. Ich habe gar keine Ex mehr. Ich habe nur noch ein Egg. Was? Das ich öffnen kann. Ja, ich bin fertig. Ich weiß nicht, warum. Wie bist du so voll geworden, was? Wahrscheinlich, weil du brauchst, wenn du Mythicals hatcht, länger. Ach, länger. Ich habe mehr Mythicals gezogen, oder was? Ja. Legendary sind, glaube ich, 3 Sekunden, Mythicals sind 5 Sekunden. Das habe ich letztes Mal geschaut in einem Video. Nice. Interessant. Ich habe aber noch besser gehatched als du. Ja, Angaben ohne Gewehr. Immer noch. Und bist du jetzt durch, oder was? Ich bin durch. Nein, ich habe noch ein Egg. Und auf dieses Egg werde ich warten, bis du fertig bist. Weil dieses Egg wird ein mystisches Egg. Ein exclusive Egg fast schon. Felix war da im Noob-Buddle. Im Noob-Buddle. Ach so, ja. Das war das Noob-Buddle. Und ich bin durch. Öffne das letzte Egg. Okay, ich öffne das letzte Egg. Und es wird Zeit. Es wird Zeit. Und was ziehe ich? Ein Rudolf, ja. Was ziehst du? Danke, Rudolf. Ich öffne noch mein letztes Egg. Warte. Und was ist es? Ein Rainbow North Pole Wolf. Okay. Also das letzte Opening haben wir beendet mit einem goldenen, ne? Nice. Ja gut. Gut, das heißt, wie viele Punkte hast du? Ich habe 28 und du hast... 34. Ja, gut. Gut, dann lehre ich mal kurz mit der Tafel, die leckeren Center Post, die du mir gleich geben wirst, ne? Die Frage ist, ob ich sie dir auch wirklich geben werde. Natürlich. Du bist doch nicht ehrenlos. Ah, nee, nee, nee. Stimmt, ich bin nicht ehrenlos. Das wäre ich niemals. Genau deswegen. Genau. Eben, deswegen musst du mir die geben. Weil du hast Ehre. Das ist eine Frage der Ehre, die Center Post zu geben. Ich muss kurz ein Festive Elfen ablagern. Abbelast. So, ich bin leer. Traiden Sie mich an, Herr Roblox Felix. Geben Sie mal meine OP-Pads. Ja, nimm. Nimm den Stuss. Ich brauche ihn sowieso nicht. Gebs die mir. Ich brauche sie sowieso nicht. Gebt mir sie. Ja, nimm. Du hast keine in den Rainbow gezogen? Nein. Wie viele hast du in den Rainbow gezogen? Ich habe einen. Ich habe einen gezogen in den Rainbow. Ja, ich nicht. Ich hatte leider nicht so viel Glück. Besticken, wenn ich du wäre. So läuft das Leben. Das war das einfachste Egg-Battle meines Lebens, ne? Du hast ganz am Anfang geführt. Ansonsten habe ich durchgehend selber geführt. Das war so ein unfaires Battle eigentlich, ne? Ja, es war unfair. Genau das würde ich auch sagen. Das ist einfach... Weißt du, beim nächsten Battle werde ich mich einfach nicht in das Mainframe reinhacken von Petsmutter X. Im nächsten Battle machst du einfach nicht mit und ich schaff's trotzdem zu verlieren. Du hättest allein in der Hexte. Du ziehst dich immer ein. Und wir werden einfach meine Müffelkrieg so weggenommen aus der Bank. Ach ja. Das war's jetzt aber auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Schaut uns bei einem dieser eingeblendeten Dinger hier noch vorbei. Ja, und ciao. Ja.